ja moin sind leute seit langer zeit mal wieder ein lebenszeichen und somit dann auch mal wieder ein video auf dem youtube kanal worum soll es jetzt gehen ja einfach darum wie geht es mit dem kanal weiter und welche änderungen habe ich vor auf dem kanal ja wie ihr vielleicht seht sich hier mittlerweile auch in einer anderen position in meiner wohnung ich habe mir hier das setup noch mal neu aufgebaut oder anders aufgebaut habe jetzt zwei jahre ungefähr fast gar kein video glaube ich auf dem kanal überhaupt hochgeladen was auch wirklich nicht gut ist liegt aber prinzipiell ganz einfach daran dass ich das ganze thema ein bisschen falsch angegangen bin habe den youtube kanal damals ja ins leben gerufen und habe dann videos gemacht und habe wirklich ja relativ viele videos gemacht und habe mir echt so als ziel gesetzt damals fast jeden tag ein video hochzuladen und habe aber da ganz einfach die arbeit deutlich unterschätzt weil jeder der das noch nicht gemacht hat ja kann sich schon nicht so vorstellen wie viel arbeit das ist aber ihr müsst halt dauerhaft irgendwie ja content kreieren ihr müsst video schneiden ihr müsst die sachen hochladen ihr müsst die sachen bearbeiten also ich habe es persönlich für mich einfach unterschätzt und habe mir dann doch viele nächte um die uhren geschlagen und das gemacht und das nachher irgendwie so auf zwang sage ich mal weil ich mir da einfach meine ziele zu hoch gesteckt habe genauso ist es dann auch mit der bandbreite der videos ihr habt ja gemerkt da ist ja irgendwie zu allem irgendwie so ein bisschen was bekommen irgendwie zu wie logs motorrad technik kochen sogar zocken gaming und diese ganzen dinge weil ich mich da irgendwie in allem irgendwie ausprobieren wollte irgendwie auch vor hatte eine große bandbreite zu bieten um viele leute irgendwie anzusprechen aber auch da habe ich mich deutlich überschätzt weil in manchen themen einfach dann irgendwann auch relativ schnell der content ausgeht ja also nehmen wir mal als beispiel motorrad ist einige videos über die harley davidson entstanden aber da ist einfach irgendwann ende weil die harley davidson ja nicht wöchentlich umgebaut wird oder so also ich kann ja irgendwann auch einfach gibt es da kein content mehr zu ja genauso wie über technik ja also ich gehe jetzt auch nicht alle zwei tage in irgendeinen großen großen laden für technik und kauf mir da irgendwelche technik sachen ein um darüber dann ich sag mal eine vorstellung oder so zu machen geschweige denn fehlt mir dann auch das wissen tendenziell auch zu diesen dingen weil ich mich natürlich auch nicht in allem auskenne also lange rede kurzer sinn es ist einfach relativ viel gewesen was ich sag mal vielleicht nicht sonderlich guter start war am anfang so geht es vielleicht aber auch vielen jeder denke ich muss da irgendwie auch seinen weg erstmal finden ich habe zu lange pause gehabt und habe überlegt ob ich den kanal jetzt einfach so lasse ob ich da weiterhin videos hochladen soll in zukunft und ich muss sagen ich habe trotzdem bock weiterhin videos hochzuladen es macht schon spaß videos zu schneiden irgendwie ist es ja auch eine art von kreativität macht es auf jeden fall bock aber ich habe definitiv für mich entschieden ich werde ich sag mal einfach dinge hochladen die die mir spaß bringen und da kann ich ganz klar sagen dass relativ viel von den anfänglichen und anfänglichen bandbreite sage ich mal jetzt verloren gehen wird weil es gibt halt ein feld was mir wirklich spaß macht und das ganz klar gaming und vielleicht auch in die richtung reactions bisschen labern so die sachen auf videos zu reagieren ich gucke selber privat viel youtube ich gucke viel twitch und bin jetzt seit kurzem auch auf twitch selber so ein bisschen aktiv da würde ich mich natürlich auch mega freuen wenn er mir da vielleicht ein follow da lasst oder da mal reinschaut werde ich alles meine video beschreibung und verlinken und ja wie gesagt wird also viel in richtung gaming machen in richtung spiele ich hoffe den ein oder anderen von euch interessiert das auch und ihr guckt die videos haut einen daumen hoch raus und netten kommentar würde mich halt auf jeden fall mega freuen aber das wird halt so der hauptcontent sein der da in zukunft kommt wie viele in zukunft kommt da will ich mich auch definitiv nicht mehr festlegen unbedingt also ich lege mich jetzt nicht fest und sagt da kommt in der woche zwei videos oder ein video oder fünf videos so wie es kommt kommt ich werde versuchen oder bin gewillt auf jeden fall da regelmäßig content zu bieten und noch da regelmäßig was hochzuladen aber muss halt sehen wie ich es einfach schaffe und so wie es halt auch spaß macht weil es macht keinen sinn so was zu machen wo man dann die lust dran verliert weil man sich da irgendwie selber viel zu viel abverlangt oder wird nachher einfach viel zu viel arbeit wird und mal hier nächtelang da irgendwie am video schneiden ist und und das nachher alles halbherzig macht genau das also so ich sag mal die zukunft oder der plan für den kanal jetzt so erstmal ja prinzipiell sorry dass so lange gar nichts gekommen ist und vielleicht auch für die leute die jetzt die zukunft des kanals dann nicht so spannend finden tut es mir auch leid aber im endeffekt ich meine mir muss es spaß machen und das wird es dann so wie es jetzt dann in zukunft sein wird wird es mir spaß machen und das ist auf jeden fall denke ich wichtig um das ganze auch im leben zu erhalten genau trotzdem schon mal bis hierhin auf jeden fall vielen vielen dank wir sind jetzt glaube ich bei 181 abonnenten damit hätte ich prinzipiell nie gerechnet dass das so geht und dass ihr da auch mir die ganze zeit treu bleibt obwohl ja kein content gekommen ist von mir also vielen vielen dank dafür danke für jeden daumen danke für jeden kommentar ob es jetzt kritik ist oder lob ist völlig gleich danke dafür und ja ich hoffe ihr bleibt mir auch weiterhin erhalten und guckt die videos verteilt fleißig däumchen und ja würde mich auf jeden fall freuen wir sehen uns dann in zukunft öfter auf jeden fall wieder und ja ich hoffe ihr habt eine gute zeit bleibt gesund und bis dann fünf Untertitelung des ZDF, 2020